Hallo! In diesem Video lernen wir alle Verkehrszeichenfragen für theoretische Fahrerlaubnisprüfung. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bremsbereit sein. Ja. Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten. Falsch! Geschwindigkeit vermindern. Ja. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung, das Reißverschlussverfahren anwenden. Ja. Wenn Sie bei zwei Fahrstreifen für eine Richtung auf dem Linken fahren, haben Sie absoluten Vorrang. Falsch! Dem Gegenverkehr Vorrang einräumen. Ja. Sie sehen dieses Verkehrszeichen. Womit müssen Sie rechnen? Mit Vorrang des Gegenverkehrs. Falsch! Mit Gegenverkehr. Ja. Mit Blendung durch den Gegenverkehr bei Nacht. Ja. Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen? Bremsbereitschaft. Ja. Geschwindigkeit vermindern. Ja. Höchste Aufmerksamkeit. Ja. Worauf weist diese Kombination von Verkehrszeichen hin? Auf einer Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannvorwerken. Ja. Auf den Vorrang von Gespannvorwerken vor Kraftfahrzeugen. Falsch! Auf ein Durchfahrtsverbot für Gespannvorwerke. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit Fußgängern, die die Fahrbahn nur von rechts überqueren dürfen. Falsch! Mit einem Fußgängerüberweg, der schwer zu erkennen ist. Ja. Mit Fußgängern, die möglicherweise die Fahrbahn überqueren. Ja. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Ich muss besonders aufmerksam sein. Ja. Ich muss bremsbereit sein. Ich muss mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heranfahren. Ja. Sie fahren außerorts an diesem Verkehrszeichen vorbei. In welcher Entfernung ist die Gefahrstelle zu erwarten? Zwischen 250 Meter und 350 Meter. Falsch! Zwischen 150 Meter und 250 Meter. Zwischen 50 Meter und 150 Meter. Falsch! Womit müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen? Nein. Darauf, dass Wintersport nur auf den Gehwegen stattfindet. Falsch! Darauf, dass auf der Fahrbahn Wintersport betrieben wird. Ja. Darauf, dass auf der Fahrbahn Schnee oder Eisglätte herrscht. Ja. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Geschwindigkeit vermindern Ja Möglichst weit rechts fahren Ja Gleich nach der Rechtskurve kräftig beschleunigen Falsch Was kommt nach diesen Verkehrszeichen? Ein Gefälle in 800 Meter Entfernung Falsch Ein Gefälle von 800 Meter Länge Ja Eine Steigung in 800 Meter Entfernung Falsch Was müssen Sie tun, wenn Sie sich diesem Verkehrszeichen nähern? Geschwindigkeit verringern Ja Geschwindigkeit erhöhen Falsch Durch schnelle Lenkbewegungen den Unebenheiten ausweichen Falsch Falsch Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichens ergeben? Die Ladung könnte beschädigt werden Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden Das Fahrzeug könnte einen Achs oder Federbruch erleiden Ja Dies ist das Ende von Teil 1 In meinem nächsten Video erfahren wir weitere Fragen Viel Spaß beim Lernen! Wenn ihr euch jetzt informiert habt, würden wir anschließen? Euer Christian Wacht und der whoa alles Öl los